Shorts und Bermuda sind das Riesenthema, vor allen Dingen Shorts. Je knapper, umso besser. Und ich kann das Ganze natürlich so ein bisschen entdramatisieren, wenn ich einen sportlichen Anorak oder Parker dazu trage. Was ich hier sehr, sehr cool finde in der Farbthematik ist, dass man Pink auch mal mit Orange kombiniert und natürlich bei den Männern auch Bermudas, zum Beispiel mal im Streifendisser und dazu immer wieder cool, ganz schlicht Loafer, zum Beispiel auch im Blau, weil gerade bei Männern Blau und Pink finde ich es auch eine geniale Kombination.